hallo herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal wir spielen heute gefecht auf dem palast hangar battlefront 3 ich würde einfach mal sagen wir joinen gleich gefecht palast hangar wir sind bei den hutten auf tatooine sieht man daran dass es einen wüsten palestins versonnen hat und ein palast ist ich bin gespannt ich habe noch nie gefecht gespielt wiper sucht die idee das ist übrigens eine dlc map die wir im neuen dlc dabei haben das ist übrigens eine dlc map die wir im neuen dlc dabei haben die jahre geht das fast eine rakete die rakete egal neue join was habe ich hier verwaffen ja jetzt einfach mal wenn ich getötet werde von dem dann nehme ich die waffe jetzt haben wir uns gesündet nein ok jetzt hat er ein ac was weiß ich was gewährle habe ich das auch scheint ich jetzt habe es nicht hier drin ich weiß dass ich ganz genau gekauft habe aber ich glaube es kann ein rebell haben was ziemlich komisch ist weil die waffen von den klonen können auch die rebellen haben die waffen von den rebellen können aber nicht klonen haben denn es sind ja keine klonen sind sturmtruppen grenade und der wollte nur bei da war keiner umsonst granate hingeworfen ist hier noch irgendwo jemand ja von hinten kann schon nichts anderes machen oder die elf blaster so ist jetzt bin ich getötet egal wie das ist habe ich umgebracht in einem durch irgendjemand die rakete das ist ein raketenteil das wird zerstören nicht rein rein du idiot egal und blaster überhitzt das ist nicht so klasse kurz ab die lege schon mal weg schnee naja ich krieg dich ich bin strom nachgefallen schnitt gut oh was geht der und schutz wieder von hinten mit einem rs wo standen der ruide ich hab die gar nicht gesehen mysteriös die items einsammeln hier dumm dass es da keine kampfläufer gibt ein bisschen schade weiter vorrücken bitte das schon nee hättest du dich da hingestellt welche hätte ich jetzt umgebracht musst du dich da hinstellen ein episches bettel oder auch nicht jetzt muss ich langsam mal den blaster wechseln hier da genau das ist er gut mit dem e elfkampf blaster wechseln hier mit zwei händen hier auf jeden fall blaster karten erneuerung sofort einsetzen obwohl es nichts bringt eh egal so irgendjemand nein ist keiner von uns er ist eine von uns ich bin ich bin auf dem dach ja da unten wo bin ich oh no one can see me nobody nobody hallo hallo sind jetzt keine leute ich sehe kein menschen ich finde es ein bisschen glöd das ist hier keine 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 helden gibt ist wahrscheinlich so geholt ist da jemand okay dann halt nicht kommt raus ausgaben niemand da komisch da ist einer nein bleibt stehen stehen nein komm raus da ist einer nein es bleibt doch mal stehen ich will dich doch nur umbringen hallo und tschüss scheiß Scout bist du die habe ich auch hui ratatatata rakete wie sieht die denn wo ist ich bin er doch nicht ist irgendjemand nein mhm von hinten an die Gegner anschleichen nein aber da war der Typ drin, den ich nicht getroffen habe hier wo ist er? Da liegt er mh, hallo ist hier irgendjemand? oh jejeje scheiße der hatte einen SE14C Blaster den werde ich jetzt mal ausrüsten so mh, geht's damit wieder ins Gefährdorf von hinten ist aber nicht fair hallo wie kommen die vor allem dahin wir spawnen da normalerweise voller Angriff ok, jetzt schießen sie auf mich nein, 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 nein ja gut ja, T21 was soll ich da machen den T21 habe ich leider nicht, glaube ich oder ich schaue mal besser nach habe ich den? egal, ich nehme EE3 Waffen geht so einigermaßen ne, hallo oh ja, die Waffe ist gar nicht so schlecht ne ich habe zwei Gegner überlebt ist hier noch jemand? ja, ja jetzt ist er nicht mehr da krass, krass, krass gefecht so, wir sehen, das ist eigentlich das gleiche wie Team Deathmatch warum wir es nicht so genannt haben, frage ich mich auch, aber nein, das war mein Kill oh, 6 6 Leben ui, ui, ui ist jemand nein das war jemand nein oh man wo geht's denn da hinten lang wo geht's denn da hinten lang jetpack pakete nein, fast wo nein, hallo mate wie denn der mit seinem T21b T21b plaster der kann's auch nicht lassen nein, wir haben verloren was ist das ja egal, Leute wenigstens sind wir ja gut, ne ich würde sagen, das war's für heute wenn's euch gefallen hat würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder einen netten Kommentar und bis zum nächsten Mal ciao